So, hallo, willkommen zurück zu SpecsOp, SpecsOpStella. Und nachdem wir in der letzten Mission so kläglich versagt haben, ist natürlich wieder Huskylauf dabei und sie hat wieder das Kommando. Hmm, hmm. Jawohl. Ja, ungern, ungern gebe ich es ab, aber okay, so ist es halt. Ja, wir haben kläglich versagt, zweimal. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir eine andere Mission mal probieren. Ich hoffe, die ist nicht so schwer wie die andere, wie die mit dem Hubschrauber. So, ich starte einfach mal, es dauert ja noch 30 Sekunden. Ja. Wann geht es gleich los? Und jetzt heißt es einfach mal... Bleib cool, du Pfeife. Genau. Bleib cool. Es geht los. Dann bin ich mal gespannt, was das wird. Was müssen wir da machen, um nicht in Bewegung genommen... Ja, bla bla bla. Irgendwas mit... Wir müssen aus einem Lager flüchten. Aha. Okay. Aus dem Lager flüchten, das ist schon mal gut. Da meldet ein Hund irgendwo. Ja. So. Oh, wie sehe ich denn aus? Sieht aus wie ein Araber. Gibt es hier noch Munition irgendwo? Gleich mal. Ne, natürlich. Ey, was habe ich da wieder für eine blöde Waffe? Ich habe auch... Hä? AK-47 und so eine MP. Ja, ich auch. Geht es auch wieder nach Zeit? Ne, ne, das geht nicht nach Zeit. Kämpft ihr den... Kämpft ihr den Weg aus dem Gebäude? Ja, okay. Dann mal los. Ich muss da schauen, wo die Gegend... Oh, da rennen schon welche. Ja, da vormusen wir. Das sind Flüchtlinge, glaube ich. Das sind Flüchtlinge, glaube ich. Oh, 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 oh. Und links von uns ist auch einer. Okay, dann habe ich. Da ist auch einer. Jawohl. Das mal können wir uns Zeit lassen. Gott sei Dank. Ach, da war ich aber in der Kampagne, glaube ich, auch in dem Gebäude. Oh. Schießen aber trotzdem viel. Ich glaube, da war ich auch. Was? Was hat er gesagt? Woher weiß der das? Und da ganz vorne ist ein MG. Achtung, da kommt ein Achtung, Achtung. Stimmt. Hey, da ist irgendwo einer. Ich habe Granaten. Gott sei Dank. Alles gut. Hebt es mal auf. Kommt schon wieder einer. Und ich gehe jetzt vor. Nochmal. Ich bin auch schon mal davor gegangen, weil... Oh, da kommen auch viele. Ja. Mach' jetzt mal Dauerfeuer. Oh, drei, glaube ich, platt gemacht. Auch von der einen Seite, wenn ich noch... Irgendwo... Ah, da. Jetzt muss ich die auf deiner Seite auch noch abmalen. Weil die auf mich schießen. Oh, Krannert. Oh, 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 oh. Au, 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 au. Oh. Voll erwischt. Achtung, da kommt da direkt einer. Von mir auch wieder. Ich bin jetzt schon fast am MG vorne. Alles gut. Ich nett. Ich glaube, ich muss die... ...Schrubzwinder aufnehmen. Aua. Ey. Ich nehme eine Deckung da. Ich habe... Es ist halt eine Granate. Ich habe keine Granaten. Aber ich... Hat es überlebt? Jo. Ich ging daneben. Ich frage, ob ich den an meinem Geger kriege. Ja. Oder bin ich der... ...Erwischt. Die, 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 die. Da hole ich mir ein MG. Nein. Platt gemacht. Oh, ich kann nicht entdecken. Jetzt bin ich tot. Ich bin nicht mehr entdecken. Ja, da kommen noch eine Menge. Da kommen noch drei. Und noch ein dicker. Und noch ein dicker. Und noch... Och Gott. Ja, ich hätte... Du musst von der anderen Seite hätten sie hinstellen müssen. Da hätte man das MG drehen können. Und dann hätten die abprallen können alle. Ich glaube, es geht schief. Da bin ich immer zu viel Risiko gegangen. Muss von der anderen Seite kommen. Ich lieg da direkt in dem... Jetzt schon vorbei, oder? Du bist auch tot. Ich bin auch gestorben. Okay. Ja, es war zu optimistisch. Okay, nochmal. Mal. Obwohl ich die ordentlich verprügelt habe gerade. Aber dem Dicken da... Ich hätte nicht da reingehen dürfen, sondern ich hätte da vorstehen bleiben müssen. Ja. Und dann hätte ich das Ding dann drehen können. Nochmal von vorne. Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Es ist halt alles blind. Und wenn man blind spielt, dann ist es natürlich so eine Sache, da weiß man nicht, was kommt. Und jetzt weiß ich nichts. Das ist wie normal. Und jetzt weiß ich aber, was kommt. Das wäre cool, wenn sie bei solchen Missionen jetzt gerade wieder ein bisschen immer was verändern würden, damit man nicht sagen, aha, jetzt kommt das und das. Jetzt weiß man es dann. Dann müssten sie es einfach so verändern. Drei, vier, fünf verschiedene Möglichkeiten haben. Und dann müsste es wieder anders kommen, als man es jetzt gehabt haben. Das wäre cool. Das wäre mal eine Möglichkeit, ja. Okay. Jetzt geht es los. Jetzt müsste aber irgendwas anderes passieren. Und nicht wieder den gleichen Weg gehen können. Was ist denn das da? Ja, die eine Schrotflin, die war besser. Die Pumpgun da, die halbautomatische. Bam, 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 bam. Der hätte sich das schneller platt gehabt. Aber so, naja. Gut. Dann schauen wir mal. Also gut. Auf ein neues. Ja, ich habe da noch am Mix noch mehr so was verstellt. Nämlich. Gleich mal gestrungen. Gleich mal die falsche Taste. Ey, wieso kann ich jetzt? Auch noch einer. So. Äh, der lebt noch. Ich gehe wieder von links. Ja, ich habe eine andere Richtung. Kommt der, 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 kommt doch. Kommt der, 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 kommt der. Die schießen alle auf dich. Ich merke es, ja. Und den habe ich erwischt. Und den habe ich erwischt. Ich erwischt den. Den da, aber noch einer. Jetzt habe ich gerade im Visieren jedes Mal, wenn da bin ich da. Dann ist schon wieder welche. Nee, dann eine Tote, er ist versteckt sich einfach dann. Oh, ey, da kommen zwei. Ja, die warten jetzt auf mich. Oh, Granade. Oh, ich fick eine Granade. Ach du? Okay. Besser du als ich. Ja, danke. Jetzt kommt da wieder einer. Ey, der lebt noch. So lebt der noch. Ich habe wahrscheinlich gescheit getroffen. Kann man da umgehen? Nein, kann ich nicht. Okay. Der im MG ist tot, den habe ich. Dann wird sich gleich ein anderer hinstellen. Oh, da kommt der Dicke schon. Jetzt habe ich aber keine Granaden. Aber ich habe Granaden. Gut, eine habe ich auch. Okay. Na, ich kann da nicht werfen. Lass uns mal probieren. Jawohl, der ist schon mal weg. Da ist auch einer. Ach, da kommt so auf dich einer zu. Uh, das war knapp. Der ist unter kein Ende da. Bei mir mit der Munition ist es immer ein bisschen knapp. Jetzt habe ich nicht mehr Schrottwinder. Ja, jawohl, das war ein Handy bestimmt. Das ist auch platt. Der haut wieder ab. Jetzt muss ich mir geschwind nachmachen. Okay. Warst du das? Ne, ich höre es noch brüllen. Aber auch wenig Munition. Ah, ja. Überhaupt nicht schön. Boah, ist leer. So. So. So wenig Munition. Ah, ich habe ja das Sekundärfeuer anscheinend. Oder was ist das? Ah, nicht das Einzuss, was ich gerade mache. Wir haben alle immer andere Munition, andere, ich weiß es nicht. Oh, ne, das war es noch nicht. Das war ja auch zu einfach. Ich gehe mal davor. Oh, oh, schnell weg. Keinen erwischt. Die Granat habe ich geworfen. Achso, das war dein. Hilfe. Bist du? Mich schlägt gerade einer. Frau Ohr, der ist, achso. Jetzt hat er mich sogar erwischt. Sehr gar nicht. So, nachladen. Aber geht auch in Deckung. Ach du, da kommt noch so ein Nahkampf ruhig. Ja, aber geht mit meiner Gegend in Deckung gerade. Bin ich fast tot. Boah, der ist aber schnell. Was denn? Ja. Puh, ja. So, jetzt muss ich mir Munition besorgen. Oh, der Schraub findet. Das ist gut. Die nehme ich mir jetzt. Cool, der hat mich gar nicht gesehen, der Kollege. Okay. So. Wieder nachladen. Na? Drei Schüsse ist das blöde. Oh. Der hat jetzt die Munition, die ich brauche. Komm doch mal her mit deinem Köpfchen da. Oh, oh. Da ist einer bei dir. Ich habe nur noch die Schrotflinte. Keine Munition mehr. Ich habe jetzt aber zeige ich mir, was ich besorge. Danke, hast du mir jetzt eine Null Munition. Die habe ich gerade ausgetauscht, ja. Da muss ich halt, jetzt haut er ab, jetzt will ich ihn hauen. Bist du tot? Störe das Fenster? Nee, ich bin nicht tot. Nee, ich bin nicht tot. Exekutieren. Ich brauche deine Munition, deswegen. Wir müssen auf das Fenster da unten schießen. Ich sehe kein Fenster. Da, wo das Dreieck-Symbol ist. Auch da. Geh du mal ans MG, da kommt bestimmt was. Ja. Ich schieße das kaputt. Sand. Ja, da kommen bestimmt gleich noch welche. Oder? Erstmal ist es ruhig. Okay, da kann man vielleicht ein bisschen Munition einsammeln. Ich habe nämlich ge... Ups, war es, glaube ich schon. Na gut, prima. Jawohl. Wenigstens, das hat geklappt. Im Gegensatz zum Hubschrauber. Also wie unterschiedlich schwer die Missionen anzusehen. Die mit dem Hubschrauber-Bruck schwer. Und die ging eigentlich relativ leicht. War eigentlich relativ leicht, ja. Und die davor, die war eigentlich auch relativ einfach. Jetzt haben wir noch eine offen, die wir noch nicht gemacht haben, ne? Ja, genau. Jetzt gucke ich mal auf die Uhrzeit. 13 Minuten. Na gut, es gibt halt kurze Parts. Egal. Okay, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder. Zusammen natürlich mit Husky Love. Zur nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Spec Ops. Im Koop-Modus. Tschüss, bye-bye. Winge, winge, bis gleich. Tschüss. Tschüss.